Wenn du Vater oder Mutter geworden bist, dann kannst du in Karenz gehen. Das heißt, du hast Anspruch darauf, eine Zeit lang bei deinem Kind zu Hause zu bleiben. In dieser Zeit bekommst du dein Gehalt nicht von deiner Firma, sondern von der Krankenkasse. Diesen Rechtsanspruch auf Dienstfreistellung haben beide Eltern, auch die Väter. Ihr könnt euch die Karenzzeit teilen, und zwar maximal zweimal. Jeder Teil muss allerdings mindestens zwei Monate dauern. Ein Monat lang könnt ihr sogar gemeinsam zu Hause bleiben. Der Beginn der Karenzzeit ist frühestens nach dem Motorschutz oder nach der Karenz deines Partners bzw. deiner Partnerin. Spätestens am zweiten Geburtstag deines Kindes musst du wieder arbeiten gehen. Wir beraten dich gerne. Wir sind für dich da. Deine GPA DJP